Hallo meine Freunde und willkommen zurück in Alien Tale. Heute leider wieder allein, der Wähler ist gerade nicht hier, aber wir machen mal das, was wir alleine können, wenn wir noch einen Angeln haben. Wir Angeln. Wir brauchen nämlich Kugelfisch. Wir haben schon drei gehabt, wir haben sie jetzt verhunzt. Und ich finde gerade keinen, also ich finde gerade Sachen, aber ich finde keinen Kugelfisch. Ein bisschen nervend. Ich möchte nämlich heute noch ein paar Quests fertig machen. Ich denke nämlich, wir sind ja bald am Content-Ende und mich interessiert es einfach, weil es feigt, weil ich gerade so viel Zeit frisst. Dätte ich gerne jetzt mal hier schauen, ob wir die letzten paar Quests fertig kriegen. Und dann warten wir einfach mal am Wähler für einen abschließenden Part. Sofern nicht dann noch irgendwie viel Content kommt, von dem ich jetzt gerade nichts weiß. Aber wir haben auch bei den Händlern schon alles freigeschaltet. Also, ich denke mal, das ist bald Schluss. Aber schöner Stern im Himmel. Urviele Sterne. Also, solange ich jetzt den Kugelfisch kriege, fische ich, weil ich habe vorhin die ganze Zeit nur Apfel gefunden. Ich finde das, lol. Bitte Leute, sagt es mir immer, wenn die Musik so laut ist. Ich habe vorher gerade wieder ein Video von mir vor zwei Monaten von einem kurzen Beta-Test gesehen. Da, ich bin mir nie sicher, wie lang die, wie laut die Musik wirklich jetzt ist. Ich sehe, dass zwar die Balken da links hüpfen von mir, aber das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man sie hört. Also, sagt mir, wie das Verhältnis stimmen. Wenn ihr nichts sagt, gehe ich davon aus, es passt. Jetzt muss es nicht jeder sagen, ja, passt. Es reicht nur, wenn wer sagt, nee, ist ein bisschen laut. Ich höre dann selber jetzt vermehrt rein. Aber ich brauche, ich kriege das nicht immer gleich mit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Nö. Oh gut, wir stellen jetzt den Gift dran, ja. Vergesst bitte nicht, wenn ihr das seht, so relativ sicher noch die Abstimmung über die Partlänge. Ich bin mir einfach so unschlüssig. Ich habe gerne so kurze Parts für den Vorrat, damit ich eben nebenbei was anderes machen kann und was längeres nebenbei planen kann. Aber ich hätte auch keinen längeren und bei den längeren, die Livestream-Mitschnitte hier, wie in Satisfactory, da weiß ich einfach nicht manchmal, ob ich wirklich nicht bei dreieinhalb Stunden letztes Mal schon dachte, na, soll es das nicht schneiden oder hat es ja uncut. Aber es wäre ja auch der Inhalt nicht cut. Ich hätte den Partner mit den zwei Teile gehackt. Aber andererseits, ja, wenn es live so lang ist, ist es so lang. Daher mache ich das, was ein YouTuber und Streamer am besten machen kann und immer machen sollte. Immer. Immer. Wurscht, was da rauskommt. Er fragt seine Community. Deswegen habe ich euch gefragt, was ihr davon haltet. Ich werde mich nicht immer zu 1000% an Abstimmungsergebnisse halten, wenn sie ganz konträr mit meinem Spielstil sind. Aber im Prinzip, mit der normalen Partlänge habe ich mich an euch gehalten. Und nach normalen Partlängen habe ich mir gedacht, die lasse ich so, weil ihr habt gesagt, das passt so. Und die, so habe ich eigentlich diese Krüge mit, ach ja, weiß schon wieder warum. Kein Platz zum Aufhängen. Und habe ich mich an euch gehalten jedenfalls und werde das auch in Zukunft bei diversen Sachen machen. Bei den langen Parts. Wenn ihr sagt, lasst es zwei, drei Stunden, ist okay, werde ich das lassen. Wenn ihr sagt, nö, mach das nicht, das ist kacke. Dann nicht. So, jetzt möchte ich nur kurz anbauen. Fast. Eigentlich ist das Gießen für den Arsch. Ganz ehrlich. Ich lasse das jetzt mal den Rest, weil es ist nur ein Ticken schneller, bringt nicht mehr Ertrag. Und ich habe so viel Zeit dazwischen, weil das eh so schnell geht, dass ich das jetzt da mal einfach gar nicht fertig gieße. Okay. Okay. Ähm, die Äpfel. Wir werden uns Äpfel in den eventuellen Boss dann sowieso mitnehmen. in den eventuellen Boss dann sowieso mitnehmen. Und ich weiß nicht, dass wir den auch. Good day to you. Good day auch zu dir, Vogelscheuche. Nochmal finden wir die Leber fertig. Aber die Tränke, wenn wir schon dabei sind. Das ist ein dreckiger Zeller. Deswegen ging das nicht so. Ab zur mehrigen Jungfrau. Moment mal. Ich hasse so eine Map wirklich. Das nervt mich schon so ungemein. Aber das frestige Spiel ist wirklich gut. Deswegen sehe ich darüber hinweg. Aber wenn ich auf der Map, wenn ich die Map wenigstens mittragen könnte, das Bild. Ich muss ja gar nicht, ich muss ja nicht mal meiner Meinung nach sehen, wo ich drauf bin. Ist mir egal, ich kann mich schon an die Schilder orientieren. Aber wenn ich die Karte an der Wand hängt mitnehmen kann, das wäre schon praktisch. Hey, Mermaid. Das war doch auch noch ein Apfelbomb, oder? Hallo. Hallo, Herr Dweller. Hallo. Ugh. Diese Potions smell disgusting. How are you going to drink them? Diese Potions are for you. To obtain the sacred stones, you'll need to destroy the dams, which are highly toxic. Ugh, you should have said so earlier. I should have brought something stronger to mask this taste. Well, I've dealt with worse. What's next with the stones? Next to the waterfall, there are pedestals where you need to place these stones. They will purify the water soon, and then the fish will definitely come back. Well, I've drunk worse things. Okay. Let's go. Oh, what's going to happen? Oh, management. defenseless. that's not the sou Avant. I mean, what do we have to do here? das war das der Wählergemeinde, der hat mir Schildkröte gefunden aber eigentlich nichts gegen Schildkröten, aber wenn irgendwie jedes Tier hier mir feindselig ist, obwohl ich eigentlich ich tue dem ja nichts aber vielleicht sind sie einfach angepisst, weil vielleicht sind sie auch einfach angepisst, weil eben der Wald so verseucht ist ja, ja, das muss das sein OP-Äpfel was sie hier wirklich sind ah ja, hier der Weg, den ich mir gedacht hab, gesehen hab aus was sie hier ist was sie hier ist Damit bestöre ich die Dämmen. Wenn ich jetzt beginnen muss. Die halten oder die, oder? Okay. Das war's. Ich meine einmal, mal drei jetzt noch, ne? So kann ich's. Na gut, dann nicht. Angriff! Die werden einen Taucherhelm aufhält, ne? Apropos Taucherhelm. Dann Raft. Oh, Raft war so cool. Ich hab letztens wieder geschmaut, mal alte Spiele, die ich gespielt hab, so wie das Circle. Das war richtig cool, das Spiel. Natürlich auch. Haben sie auch neu gestartet mit Frontier. Und dann wurde, jetzt hab ich gelesen, wieder mal vorbeigeschaut, wie hat sich das entwickelt. Hab ich dann gesehen, dass das Spiel praktisch gesehen selbst von Steam genommen wurde. Es gibt's nicht mehr auf Steam. Schade. War cool. So. Erledigt. jetzt, dass alles auf sich stellt. Warum kann ich eigentlich keinen Baum fällen? So, jetzt schauen wir mal, ob man es jetzt ablegen kann. Wäre ja natürlich jetzt wünschenswert, wenn es jetzt gehen wird. Die Musik hier erinnert mich immer an Hustle Castle. Im Handy. Die Mache besser. Mach ein coolerails, then. Ah! Wtheffak?! Und das ist die Meisterschildkröte, wie geht es so? Die Meisterschildkröte nicht böse? Oder wie klein kann man das Vorhut. Und jetzt? ok traubensamen ich habe auch bald meine achse kaputt habe ich nicht wäre cool wenn ich jetzt wieder fischen könnt selbst new world hat jetzt das schwimmen eingeführt meine freunde das ist nicht cool ich habe die Fisch nicht mehr die Fisch nicht mehr die Fisch nicht mehr die Fisch sind sehr gut und jetzt, dank an dich, die Fisch sind hier zurück es ist gut zu helfen ist noch etwas anderes du brauchst? der Ruf hat es, dass du sehr gut kühlt bitte, fischsoupen mit dieser Recipe es ist ein spezielles Dich gut, ich werde da sein nicht zu gehen, und nicht weg ich werde warten ich werde warten Are we waiting? Forellensuppe. Dazu brauche ich ne Forelle. Wirklich? Frage ist, ob ich jetzt überhaupt noch Kugelfisch fangen kann. Was mich mehr interessiert, wäre auch noch... Frischer Karpfen. Wo ich ne Angel herkriege, wenn die kaputt ist. Die gibt es ja nach wie vor nicht zu kaufen. Dann muss ich die reparieren. Weil wenn sie ganz kaputt ist, ist ja disapiert. Dann verschwindet sie ja aus meinem... Inventar. Das heißt, ich muss schauen, dass ich jetzt irgendwie... Huiiiii... Huiiiii... Geh wieder hier. Ah... Hab ich das Kochen da geschnitten, unabsichtlich. Ich sag's euch gleich, es war nicht spannend. Fisch, Wasser und dann Karotten dazu. So... Ich hab's nur so schnell, schnell gedrückt und hab das jetzt geil wieder... Berhunzelet. Bitte sehr, das Essen wird geliefert, eure Fischlichkeit. Geht schon. Hier. Straight from the Chef. Ich bin drooling und der Wasser level hat doubled. Bon Appetit. Ja! So... Jetzt ist und bleibt es halt so... Sie kann planen, wo die Höhle ist. Jetzt macht er nichts. Wir kümmern uns zuerst um diese Essensquestion. Gekochte Eier und einen Krug Traubensaft. Den bringen wir zu der anderen mal. So... So... Ah... So... Passt. Kommt Traubensaft haben auch. Wir haben keinen Platz mehr in dem ganzen Scheiß hier. Das ist wirklich jetzt doof. Wir haben ja überhaupt keinen Platz mehr. Besser. So... Jetzt müssen wir zu der... Wie war das? Wir müssen hier nur raus und dann rechts, glaube ich. Habe ich mich ja mal geärgert, dass das so knapp vor der Tür war eigentlich. Wir müssen hier irgendwo auch sehr... ...undere Dinge sein. Wir müssen jetzt mit dem... ...hacken. Und da... ...hacken. Und da... ...hacken. aber biegen ab mit soße da war irgendwo der spaß sondern gut der ist weg hier runter und links so die bären immer waren auch für sie sich da sind ich glaube es ist mir die Dinge fort bears again soon we'll have to eliminate the entire population here have some hot food mmm the smell is appetizing the Bears think the same thing about you bon appetit oh don't remind me that's all for now all orders are closed thanks to you always happy to help so es ist zeit das schwer zu reparieren bevor es kaputt geht dann würde ich gern noch einmal im haus drinnen auf die komische wandkarte gucken der eine höhle verzeichnet ist wenn ich würde sie wenn in die richtung wasserfall vermuten weil in der felder richtung ist offenes gelände da glaube ich das wird die äpfel finde ich cool essen 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 barm live ohne cool dann beim essen ohne viel rara rundum sagt sagt boom voll erledigt warum ich hatte schon das apfelbaumig aus iso fisch essen disappointing des fischers sind genau zehn so nicht so ich habe genug äpfel zum mitnehmen ich nenne es mal so schaden tut es ja nicht den alkitab also alkitab ja jetzt irgendwo ab ich gehe ablegen mal hier lieber auch so jetzt muss kurz mal passieren moment kurz so geht wieder ich habe nur aus eingeloggt ich habe bei meiner frau oben helfen müssen problem wieder aber ich habe in hrtv also problem setzen muss das drücken soll egal darum soll es jetzt hier nicht gehen ja wir haben ja zu schnell da alles gegeben rauch über dem wald sehe ich nicht mal kurz das werden die felder sein hier war ich schon sind wir das hier eine höhle oder da oben die sind wir sind im norden hinten beim haus raus und hier lang gute jahr zu jubeln freund gute wieder zurück ah komm hey man rinnt schwer an asca diese typen die immer winken im vorbeigehen sonst dann auch runter dreht dass sie weniger winken ui asca könnte man wieder mal ein patch notes video machen da gibt es ein patch da war ich in Teneriffa da beim nächsten großen patch cover ich dem vorigen auch mit bei mich schon als kann wieder cool wenn da was kommt aber sicher so kampfmäßig ausgestattet so was soll man machen hier finde das auch so egal finde die fee okay i wish you a little fee i wish you a little fee und da das ja nicht so riesig alles ist kann ja die fee hier eigentlich nicht so weit sein kann jetzt darauf an wie groß die ist oder wie nicht groß klein also ich renne hier an eine unsichtbare wand leute die tavern ist left without anyone to look after it der spruch kommt über uns die ganze zeit so lange kann die unsichtbare wandern die tavern ist left without anyone to look after it ja du gescheiter ich will ja nur wissen wo das aufgeräumt i shouldn't go too far the tavern is left without anyone to look after it i shouldn't go too far the tavern is left without anyone to look after it i shouldn't go too far the tavern is left without anyone to look after it ja ja die taverne wird da schon erklärt davon laufen i shouldn't go too far the tavern is left without anyone to look after it ja ja die taverne wird da schon erklärt davon laufen i shouldn't go too far the tavern is left without anyone to look after it dass man die kreuz verfolgen kann die ersten oben nämlich was anzeigt haben und jetzt eigentlich nie eine anzeige da ist gar keine also ich sehe dieses kreuz ist mir wo ich hin muss also wenn man es mal wenigstens 20 minuten angewählt hat das vielleicht nach 20 minuten dann bei dem hohen baum wird was sein wahrscheinlich aber das nach 20 minuten vielleicht so aus dass das lager vielleicht dann so ein so nachher das spawnt das wäre natürlich cool als hilfestellung für idioten wie mich idioter idioter ich muss ehrlich sagen also wenn ich so hinschlag schaut das irgendwie auch so aus wie wenn die normalen effekte oder die flaut sind so war die wege auch zu dem baum führen gehe ich jetzt mal eigentlich ziemlich das das ist das auch davon aus dass das irgendwo da richtig ist i shouldn't go too far the tavern is left without anyone to look after so den baum kann ich gar nicht okay ah bist du eine feee feee hallo feee what kind of creature are you i'm a fairy i'm a fairy no you're not fairies are supposed to be small cute girls and you you're the illegitimate child of a dragonfly and a firefly how rude of you have you ever met the fairies you're talking about personally no but i've been told about them by um quite reliable people and who are these reliable people well the patrons of my tavern even the toes in this swamp are more trustworthy anyway why did you call me it's very urgent see this altar according to legend dark forces are sealed here but the seal needs to be renewed once every hundred years the chosen one must perform the ritual how do i find the chosen one are there any special signs the chosen one will have a body two hands and two legs and also head on top well that's exactly me hmm there is certainly a certain resemblance i'm the chosen one no doubt but what kind of ritual is it the chosen one must activate the runic stones hordes of monsters will try to destroy them the chosen one must protect the runic stones until the ritual is complete i'm starting to doubt that i'm the chosen one there's no time for doubts if you survive eternal glory awaits you for a hundred years if i survive and also the chosen one's sword all right let's see how it goes yep let's go let's go oh fuck oh fuck bist du fair warte, one achso, und da hab ich die ganze damage gekriegt na servus, der haut rein hey damit habe ich jetzt nicht gerechnet ganz und gar nicht aber man kann sich in dem spiel ja auch absolut nicht die treffen also ich habe schon ein paar mal gesagt wir können natürlich wie die rechtlich block ist aber keine gar nichts oder gibt es diese essen einen buff von dem ich noch nichts weiß das hat jetzt reinkommen need more apples an apple a day keeps the doctor away einmal gehört sagt auch dort wikas und sonst verwendet zu jägermeister jäger day keeps the doctor was ist das jägermeister jetzt schauen wir mal ob das nach wie vor böse ist ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ja ohne heilung kannst du kacken gehen das erste mal hier das wird sagt hier brauche ich fachen hier brauche ich alles oben hellen besser okay kaum wieso kann ich ja dann nehmen wir das halt nicht mit und ich weiß nicht warum ich ein paar mehr gekauft habe ich bin unbeziehbar weak ich bin unbeziehbar ich bin unbeziehbar ich bin unbeziehbar du bist der gewinne und jetzt ist dein schwarze der gewinne schwarze nicht zu schwarzen, dass Menschen etwas zu schwarzen der gewinne schwarze gewinne guck mal guck mal guck mal guck mal das Ding verarscht mich frechert aber ich bin weg wir haben es geschafft nächste quest erledigt was mich nur wirklich interessieren würde ist kann ich hier irgendwo angeln einfach so ein schwarzen schwarzen vier beim Ich nehme nochmal mit, was ich denn doch brauche. Ein Wurmloch-Zank? Meiner. das ist immer gut gelaufen jetzt wird es dann aber zeit für dünner da stecke ich den einen rein das geht schon Guten Tag zu dir! So, ein Honey, 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 must be funny. Ja, ich muss hier eine zweite Kiste machen. Und hier ist noch mal interessant. Da habe ich jetzt sogar frische Forellen gehabt. Ah, ist ja fies. So, ab in den Wald. Ja, Mu. Wir werden den Rauch finden. Wald. Wald sieht man in der Nacht ja nicht so gut, aber Nebel, aber Feuer. Wald. Gut. Wald. Wald. Gut. guckst mutig, sie liegt gar Cayce? Ich sollte nicht zu weit gehen. Ich sehe hier aber nur Wolken und kein Rauch. Ja, ja, ja. So, meld mich gleich wieder. Also, ich bin jetzt schon fast die ganze Map abgerannt. Ich verstehe da keinen Rauch. Aber natürlich unter dem Wasserfall, wovon er war, liegt ein Rezept. Krabbensalat. Den Krabbenberger. Nun sage ich leider wirklich, leider sage ich, ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Also, wenn das jetzt nicht bald wo aufkreuzt, bin ich jetzt ein bisschen überfragt langsam. Hier wird vermutlich die Map dann wieder aus sein. Ja. Dann bleibt mir nur noch rechts da, eben da wo die Steine waren und der Wasserfall. Soll ich hier da jetzt mal links davon gehen? Das einzige wo ich noch nicht war. Bei dem fällt es nur rechts rum. Also links, wenn ich herrenne. Und da reinigen wir. Aber ich schau die ganze Zeit am Himmel. Ich weiß nicht. Also es muss, wenn dann, relativ wenig Rauch sein. Was man so, eher so ein Zündholz. Oder so. Irgendwie. Wenn es so ginge Äpfel zu finden, wäre ich Weltmeister. Hier rechts war ich ja noch nie. Mit der Reinigung. Da war ich wirklich noch nie. Da kommt man da irgendwie zu der Höhle, die ich ja brauche. Da brauche ich noch eine Höhle mit dem Bösen. Das Böse. Wie Meerjungfrau man überschreit. Das Böse. Ein Baum. Also nicht Baum, lol. Ein Apfel. Baum. Das Baum. Jaaaa. Das ist nicht lustig. Er wird uns töten. Ich mein, ich werd hier mal weiterrennen. Oh ja. Hat irgendwie Rauch gesehen? Nö. Was ist denn jetzt los? Ja, ha, ha, wenn man, sagt's doch, wenn ich eine Torch mitbringen soll, ihr Säcke. Ja, ist nicht die feine Art, aber hey, komm, Sie könnten es mir ja auch einfach sagen, oder? Ich meine, gar kein, nichts, nichts als Meldung ist, ist schon fies, ehrlich gesagt. Wir sind nur umschlichten. So, die Steine waren so links runter, so. Bei der Tür vorne raus, rechts weg. Wie gesagt, Leute, schaut ruhig. Seht ihr hier irgendwo? Rauch. Ich meine, ich kann jetzt sowieso in der Höhle drinnen nicht leuchten und schlagen. Hä? Oh ja, ich wollte gerade M drücken. Gibt ja keine Karte. Scheiße. Jetzt weiß ich wenigstens, in welche Richtung ich gehen muss. Ah, ach Gott. Ah, der Fluss, ja, da passt, da bin ich gut dabei. Das ist so geil, dass der Apfelbaum schon wieder voll ist. So, jetzt da, jetzt reicht es, aber jetzt höre ich auch, oh, ich habe schon. So, jetzt schauen wir mal da rein. Eins. Dann schlägt das links. Dann schlägt das links. Auf die Wall-Torches brennen ewig. Ah, ja. Habe ich da mich jetzt 2-1 geöffnet, oder? Hm. Spinnen, oder was erwartet mich jetzt hierüber? Spinnen. So. Spinnen, oder was erwartet mich jetzt? Spinnen. 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 Das ist dann schon ein Waltzwerb an da oben. Das ist ein Dämmel, ich muss hier aufhören. Aua! Wieso treffe ich den nicht? Naja, war nur unfähig, okay. Ich lenke dich ab! Täuschkörper aller Äpfel, los! Täusch Äpfel! Ah, jetzt weiß ich, warum es im Spiel so viele Äpfel gibt. Ein physischer Widerstandstrang könnte seinen Zweck haben. Mensch. Das 4 war glaube ich ganz am Anfang unten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ne, warte mal ein Stück weiter in die andere Richtung. Nicht hier. Hier glaube ich. Ja. 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 Ey, mich würde es jetzt so reißen gleich, weil es da, weil da Kampfmusik ist. Ich habe auf irgendeinem Tor eine 4 stehen gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Eventuell hier. Geil, ich pflaster hier alles mit Äpfeln. Ich muss das nur umdrehen hier. Okay. Ich würde gerne mal so ein Bergbau-Ding widerspielen. Lange hier. Okay. 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 mit abkürzung überlänge aber so gleich plus was soll das sein gut ja 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 Was ist das? Der ist ein Böser, aber Hier ist keine Fackel Vielleicht macht der ja mal Licht Er macht mir Licht Er macht sich Er macht sich Aui! Weg, weg, weg! Das ist die Frage, ob ich genug Scheile mit hab. Da hielt sich. Das geht nicht. Das geht nicht. Das war nicht. Nichts. Wach. Die Hände auf der Straße. Das ist wieder auf der Straße. Das war nicht. Die Hände. Ja! Der ist das eine. Das war. We need Essen Essen Gut Wir haben den Boss gettried Das geht so nicht Ich hätte gerne Einen zweiten Einen Herrn Wähler Wir werden auf den warten Also gut, wir haben heute soweit alles geschafft Außer Den Boss Das kann man ruhig so sagen Wir waren wirklich gut unterwegs Wir haben auch viele Gegner killt Aber wir werden für den Boss Einen extra Part anlegen müssen Weil das ist zu hart Gut Leute Dann im nächsten Part Gehen wir den Boss an Und hoffentlich auch den Gehen wir den Boss an Und hoffentlich finden wir auch den Rauch Und dann sollten wir durch sein Aber ich warte mal Ob der Wähler Oh Mal schauen Ich weiß gar nicht Ob der jetzt hier wäre Gut Leute Sehen wir noch nicht Bis zum nächsten Mal Adios Macht es gut Abo like, comment Nichts vergessen Bis dann Und Ciao Bis dann